Empire 2 ist gescheitert. Wir haben das Projekt vorzeitig beendet. Alle Gründe dazu jetzt hier in dem Video. Ich kriege nämlich immer noch weiterhin Kommentare von Leuten, die nachfragen. Wir haben es auch nicht offiziell beendet in der richtigen Folge, deswegen ist das auch verständlich. Ich kriege Nachfragen auf Twitch in den Livestreams, ist auch verständlich. Ich werde auch immer dasselbe antworten. Ich habe es auch da schon öffentlich gesagt, dass es vorbei ist. Und damit wir jetzt hier allerdings einen schönen Abschluss finden, würde ich das nochmal hier zusammenfassen. Erstens die Gründe, die dahinter gesteckt haben. Was lief generell so bei uns ab? Warum konnten wir das nicht weiter durchziehen? Das werde ich euch hier erklären. Ich werde auch nochmal zusammenfassen, was geplant war, denn ich habe das Projekt ja schon komplett durchgeplant. Mit allen Zeitaltern bis zum Ende. Der Hauptstorystrang, der stand schon. Und diejenigen, die das Projekt gleich gefeiert haben, die werden jetzt hier auch nochmal die Zusammenfassung kriegen. Für mich jetzt zumindest mündlich, was noch alles angestanden hätte, was geplant wäre, was die Story gewesen wäre, damit man auch hier den Seelenfrieden einmal findet. Es gab generell nirgends so ein Statement dazu und die Fragen bleiben. Deswegen hier ein kleines, aber feines Video von mir. Vielleicht noch ein kleiner Funfact zu Empire. Und zwar, ihr kennt ja noch meine Videos, wo wir die Ansicht von oben hatten. Das wurde nicht mit dem Replay-Mode aufgenommen, sondern mein Cutter ist praktisch immer in dem Spectator-Mode von oben mir hinterher geflogen und hat die Szenen händisch aufgenommen, weil das ansonsten unmöglich wäre, mit Replay-Mode einzustellen. Man hätte sonst immer Wegpunkte festlegen müssen, wir wissen ja nicht, wo wir langlaufen. Also alle meine Empire-Folgen sind auch durch Arbeit von zwei Personen zustande gekommen. Von mir und von meinem Cutter, der von oben smooth hinterher geflogen ist und so gut wie möglich versucht hat, zu filmen. Also die Videos waren auf jeden Fall aufwendiger auch als normale Folgen und es war ein bisschen anstrengender. Nur so als Funfact. Also alle Hintergründe jetzt hier in diesem Video. Und Blick in die Zukunft, ich glaube nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen, dass es überhaupt eine weitere Staffel von Empire noch jemals wieder geben wird. Also der Zug ist abgefahren. Wenn, als diese Season schon nicht jetzt mehr funktioniert hatte, ist das ein sehr, sehr klares Signal gewesen, dass zumindest ich zukünftig keine Anstrengung mehr übernehme, ein Projekt dieser Art zu planen, da es einfach nicht klappt vom Konzept mehr so wie früher. Und zwar, wir brauchen unter anderem mal sein Projekt laufen zu lassen, Zeit von den Teilnehmern, Engagement von den Teilnehmern, was die auch mal abseits von einem Livestream reinstecken müssen. Man muss sich eine Story ausdenken. Man muss gegebenenfalls vor seiner Folge auf dem Server etwas vorbereiten, dass man einen reibungslosen Ablauf hat. Man muss sich mit anderen Teilnehmern absprechen, damit die Storys irgendwie stimmen, damit man irgendwie richtig interagiert. Und die Zeiten sind heutzutage leider vorbei. Das klappt einfach nicht mehr flüssig. Wir sind von, oder weitestgehend, von einer YouTube-Community oder auch von einer YouTube-Creatorschaft zu einer Livestream-Creatorschaft übergewechselt. Und die meisten Leute sind, glaube ich, nicht mehr bereit, abseits vom Livestream so viel Zeit in YouTube-Content reinzustecken wie früher. Das ist erst mal schon mal so ein Teil der Quintessenz. Aber ich würde mal ganz kurz erzählen, was noch generell so alles ablief. Und vielleicht ist es ja interessant. Ich würde, wie gesagt, auch da ich ja schon die ganze Story durchgeplant habe, die auch nochmal komplett durchgehen, um euch kurz zu erklären, wohin es ging. Also Empire war ja vom Konzept her ein Projekt, ein Minecraft-Roleplay-Projekt, Only-Roleplay-Projekt, wo man vielleicht nachmittags schon mal ein bisschen Zeit reingesteckt hatte, eine Folge vorbereitet hatte, um das dann nachzuspielen oder eine Storyline sich zu geben, um die dann abzuhandeln. Wir, natürlich, sehr viel kann auch spontan entstehen. Wir haben aber auch generell ein paar grobe Sachen vorgegeben. Und zwar, wir sollten durch verschiedene Zeitalter gehen. Wir haben gestartet, wie ihr festgestellt habt, in der Eiszeit. Und von dort sollte es in die Steinzeit weitergehen. Haben wir dann auch noch gemacht, einen Überschuss oder einen Übergang. Und dann war leider Ende. Dann ging es so, oder hätte es weitergehen sollen in das Mittelalter. Das Mittelalter hätte auch wahrscheinlich eine sehr große Etappe sein können, je nachdem, wie interessant es halt war, wie viel man machen kann. So ein Mittelalter ist halt immer so das, womit man am meisten vielleicht auch LP-technisch machen kann, weil das halt so ein griffiges Thema ist. Nach dem Mittelalter hätte es weitergehen sollen in die Industrielle Revolution, ins Dampfzeitalter. Hätte wahrscheinlich die Crate-Mod drin gehabt und so weiter und so fort. Danach geht es so langsam ein bisschen weiter in die Moderne, so Mitte des 20. Jahrhunderts. Dann hätten wir Panzer gehabt, alles mögliche Flugzeuge, Flugabwehrgeschütze und hätten sonst irgendwas noch machen können. Vielleicht ein bisschen militärisch oder sowas, Militärbasen erobern und was weiß ich nicht alles. Im Anschluss hätte es weitergegangen, es hätte alles in einer großen Atomkatastrophe geendet, eine Atombombe hätte die Welt vernichtet und wir hätten in einer Fallout-Welt gelebt, wo die komplette Welt verseucht ist mit radioaktivem Zerfall. Wir hätten uns Schutzanzüge machen müssen, auch hochmodernisierte und hochtechnische Schutzanzüge. Da gibt es sehr, sehr coole Mods, die uns vor der Strahlung schützen, die fortgeschrittene Waffensysteme dann noch besitzen, wo man auch jede Menge Zeug noch machen kann, zerfallene Gebäude erobern um den Dreh. Und von dort hätten wir dann im letzten Schritt, wie gesagt, die Mods und so, die habe ich alle schon rausgesucht gehabt, mit Ad Astra habe ich jetzt als Weltraum-Mod mal genommen, die hatten wir, glaube ich, bisher noch nie in irgendeiner Mod-Pack so gespielt gehabt, hätten wir uns praktisch in eine Rakete gesetzt und wären ins Weltall geflogen und wären dieser verseuchten Erde entkommen und irgendwo eine neue Zivilisation aufzubauen. Das war so im Groben das leicht zusammengefasst, was ich für Empire 2 geplant hatte von der Story. Natürlich, mit sämtlichen Nuancen zwischendrin. Der Plan war es, einmal die Woche ein Livestream-Event zu machen in Form von zwei Stunden, wo dann alle Streamer oder die meisten, wie es halt zeitlich gepasst hat, sich zusammengefunden hätten und den Gaia einmal bekämpft hätten. Gaia ist jede Woche in Form von verschiedenen Gestalten vor der Spielerschaft erschienen und hätte halt versucht, sie zu vernichten oder irgendwie zu schaden und die Spieler mussten ihn jedes Mal besiegen. Das wäre auch jede Woche dann passiert und dann wäre man immer ein Zeitalter weitergekommen. Nach der Steinzeit hätte man einen Ritterboss besiegen müssen, hätte man dann das Eisen entdeckt und Rüstung entdeckt und dann wäre es ins Mittelalter gegangen und so weiter und so fort. Es gibt so viele coole Mods, so viele coole Boss-Mob-Mods, wo man das hätte umsetzen können. Wir haben im Hintergrund auch Leute gehabt, die praktisch Gaia gespielt hatten mit Voice-Mod, mit Stimmenverzehrer und so weiter und so fort. Und da wäre sehr, sehr, sehr viel möglich gewesen. Aber das Projekt ist an folgenden Punkten gescheitert. Eigentlich hauptsächlich der Aktivität der Teilnehmer. So ist es nun mal. So, wir hauen jetzt einfach alle in die Pfanne. Ich packe alles auf den Tisch. Ich werde jetzt keine Namen oder sowas nennen. Wir machen es einfach ganz grob. Aber generell hatten wir Probleme überhaupt, das Projekt richtig loszulegen zu starten und Termine zu finden, weil es einfach nicht möglich war, Termine zu machen. Wir haben was festgesetzt, dann war keiner da. Dann haben wir es verschoben und einen neuen Termin festgelegt. Dann war da auch wieder keiner da. Dann haben wir es wieder verschoben. Und nach zweimal verschieben haben wir dann endlich einen Termin gefunden, wo wir die Leute zugekriegt haben, alle dran teilzunehmen und dass alle da waren. Es geht nicht anders. Wir brauchen Aktivität und Anwesenheit. Und man muss sich auch intern absprechen für Termine zur Aufnahme. Und das ist abseits von den von mir oder Rivi vorgegebenen Orgaslausungen. Ey, lass da mal aufnehmen, lass da wieder was machen. Das ist gar nicht passiert. Keiner der Teilnehmer hat sich untereinander so richtig abgesprochen und mal was ausgemacht, um irgendwie Story zu machen. Das ist einfach nicht zustande gekommen. Also ohne das ist leider der Treibstoff für ein Projekt, Rolls-Ware-Projekt wie Empire, nicht vorhanden. Und dann ist niemand da. Wenn jemand da ist, gibt es keine Story. Wenn keine Story da ist, niemand sich was überlegt, dann passiert auch einfach rein gar nichts. Und wenn man für Einzeltermine mal ein Team zusammenbekommt, dann ist das alles immer wunderbar. Aber das ist, ich glaube, für die meisten sowas Einmaliges dann immer. Aber man braucht es regelmäßig und das komplette Projekt ist dadurch einfach kollabiert. Keine Leute da, keine Teilnehmer da. Wir haben Termine verschoben. Wir haben auch Wochenendtermine, wo es um den Boss geht, das Live-Event verschieben müssen, weil nur zwei Leute gesagt haben, sie sind da, nämlich Rivi und ich. Ansonsten war niemand mehr übrig. Natürlich können die Leute nicht dazu zwingen, daran teilzunehmen, live zu sein. Jeder hat seine Termine auch im echten und realen Leben, wo vielleicht wichtigere Dinge anstehen und so weiter und so fort. Das ist auch klar, aber vielleicht war der Teilnehmerpool zu klein, dass halt immer niemand da war. Vielleicht war die Motivation zu klein. Das würde ich einfach mal der Spekulationen offen lassen. Ich persönlich glaube, dass die meisten Leute lieber Streams machen, spontan machen, ein bisschen leicht und seicht loslegen, aber die Nachmittagsvorbereitungen abseits von Streams und noch stundenweise Zeit reinstecken, etwas komplexen Handlungsstrang aufbauen, sich mit anderen Leuten absprechen. Das scheint nicht zu funktionieren. Also interne Kommunikation untereinander hat nicht ausgereicht, damit immer jemand da war, das Content da war und alles lief. Und das ist im Prinzip, habt ihr wahrscheinlich auch so gemerkt, also das ist jetzt nichts, was ich irgendwie jetzt hier liege oder so. Das ist halt klar, ihr seht ja, wer daran teilgenommen hat und ihr seht auch, wer Videos dazu hochgeladen hat. Ihr könnt einfach mal schauen, wie viele Folgen oder wer hat wie viele Videos hochgeladen. Das ist ja hauptsächlich ein YouTube-Projekt gewesen und ja, dann kriegt ihr einen Überblick, wer da war und wer nicht da war. Das ist im Prinzip nichts, keine Hexerei. Für die Zukunft heißt das halt einfach, RP-Projekte in unserer Bubble könnt ihr knicken. Also geht nicht. Normale Projekte, sowas wie Craft Deck, mache ich mir absolut keine Gedanken. Das ist halt Livestream, das ist locker. Die Leute sind dann da, die schmeißen Stream an, sind am Zocken. Das geht irgendwie immer so, aber YouTube-Projekte, reine YouTube-Projekte sind anscheinend nicht mehr so geeignet. Das weiß ich aber auch jetzt und das werde ich auch in Zukunft immer nie so planen, dass es on YouTube ist. Livestream hat heutzutage einfach Vorrang. Vor ein paar Jahren war das anders. Da war YouTube weiterhin Prio Nummer 1 und heute ist es wohl Livestream. Wer macht denn überhaupt heute noch? Vielleicht könnt ihr mal schreiben in den Kommentaren, kennt ihr überhaupt noch Leute, die hauptsächlich own die, also jetzt aus unserer Minecraft-Bubble hier, von den Kollegen, die sonst noch mal Projekten dabei sind. Wer von denen hat normalerweise only YouTube-Content, also der nicht den Stream-Content verwertet in Form von Videos ausschließlich, sondern der zusätzlich sich hinsetzt für Themen, diese aufarbeitet, eine Video-Form bringt von Sachen, die man halt exklusiv nur auf YouTube sieht und nicht im Stream gesehen hat oder sonst was. Also könnt ihr ja mal gucken. Es ist halt, glaube ich, so gut wie niemand mehr da. Macht nicht mehr viele Leute. Und deswegen war es einfach nicht mehr realisierbar. Aber jetzt habt ihr ein kleines bisschen Klarheit. Ihr wisst, was geplant war und wie die Story hätte weitergehen sollen. Ihr könnt ja gerne mal ein bisschen Feedback dazu in den Kommentaren lassen. Das ist eigentlich auch schon der komplette Überblick. Es gab hier und da ein paar kleine Sachen intern, die werde ich jetzt hier nicht diskutieren. Sachen, wo ich auch ein bisschen schade gefunden habe, aber das müssen wir jetzt hier nicht. Ihr könnt ja gerne mal sagen, wie habt ihr Empire wahrgenommen? Warum? Wie habt ihr es empfunden? Wie hätte man es auch anders und besser machen können? Weil ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, das anders zu machen. Das war von Anfang an dann wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Aber ohne, dass man es ausprobiert hat, weiß man es ja nicht. Also es war nicht schlechter vorbereitet als das letzte Empire, würde ich sagen. Dass man an der Geschichte nicht mehr eins zu eins anknüpfen kann, wie die Leute damals das gezockt hatten, das ist halt auch klar. Erstens, weil die Teilnehmer, wenn jetzt das übrigens als Punkt kommt, ich weiß, vielleicht werden einige Leute schreiben, die Leute von früher waren einfach nicht mehr dabei. Ja, aber das lag daran, weil die nicht mehr mitmachen wollten. Also die Zeiten haben sich geändert. Die Leute von früher, die nicht teilgenommen haben, die wollten auch nicht mehr daran teilnehmen. Die haben heute andere Dinge zu tun, die machen vielleicht keine Minecraft-Videos mehr und so weiter und so fort. Also wir hatten eigentlich alle nochmal angehauen. Falls irgendwer übersehen wurde, dann tut mir das leid. Aber alle Teilnehmer von Empire 1 wurden angeschrieben und die, die nicht mitgemacht haben, die wollten nicht mehr mitmachen. So ist das. Also man hätte die Story nicht mehr anknüpfen können. Das wäre absolut unmöglich gewesen. Auch weil, wie gesagt, Teilnehmer sind weg und viele neue Teilnehmer waren dann auch dabei. Die haben da jetzt halt die Lücken in den Teilnehmer-Slots gefüllt, damit halt jemand da ist. Und ja, das ist im Prinzip auch schon die Sache. Diskutiert das ruhig mal ein bisschen ausgiebig. Vielleicht finden wir eine Lösung. Ich glaube halt nicht. Ich denke mal, das besiegelt das Ende für Only YouTube oder zumindest Roleplay-Projekte generell in unserer Minecraft-Bubble. Das ist ein bisschen schade, aber es gibt ja jede Menge andere Sachen. Die Meta hat sich geändert. Es wird im Sommer wieder Stone Attack geben. Stone Attack 2 wird unter einem neuen Namen allerdings kommen, weil das nicht mehr ganz so zutrifft. Es wird ja ein bisschen dynamischer und nicht nur eine Stone Block oder Sky Block gebildet haben, sondern damit ich jeden zufrieden stelle, habe ich vor, für jeden ein bisschen mehr anzubieten. Ein Sky Block, ein Stone Block und ein Lava- oder Nether Block-Modus. Man kann sich ausruhen, wo man spielt. Wir spielen trotzdem alle zusammen, aber damit es nicht so eintönig ist. Die Leute haben sich ein bisschen Abwechslung gewünscht. Werde ich das umsetzen? Das wird gehen. Das werden wir wieder streamen. Das werden wir wieder suchten. Craft Deck wird immer weitergehen. Also die normalen YouTube-Projekte, so wie ihr sie kennt, funktionieren. Aber YouTube-only und RP-Projekte, so wie es aussieht, nicht, weil das viel Arbeit wahrscheinlich braucht im Vergleich zu sonst. Ja, ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Haut's in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.